Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die Anpassung, Transformation und Symmetrierung von Antennen, Antennensystemen und Leitungen. Dieses Video ist Teil des Amateurfunklehrgangs zur Klasse E. Weitere Videos findet ihr in der Playlist auf meinem Kanal Amateurfunklehrgang Klasse E. Das Material dieses Lehrgangs wurde freundlicherweise unter Verwendung der Creative Commons Lizenz vom DIRC zur freien Verfügung gestellt. Kommen wir zum Stehwellenverhältnis, dem VSWR. VSWR bedeutet so viel wie Voltage Standing Wave Ratio, zu deutsch Spannungs-Stehwellenverhältnis. Wird wegen einer Fehlanpassung nicht die ganze Energie von der Antenne abgenommen, so fließt diese zurück in Richtung Sender. Dabei treffen vor- und rücklaufende Energie aufeinander und überlagern sich. Jetzt wissen wir zumindest theoretisch, was Stehwellen sind. Gucken wir uns jetzt einmal an, wie diese entstehen. Die nach rechts laufende Welle in Blau geht in Richtung Antenne. Aufgrund einer Fehlanpassung läuft ein Teil der Leistung wieder zurück. Grün. Beide Wellen überlagern sich rot. Da die Überlagerung sich nicht bewegt, spricht man von einer stehenden Welle. Stehwellen sind unerwünscht und diese möchte man natürlich ganz gerne messen, um zu wissen, ob sie auftreten und wie stark. Das kann man mithilfe eines Stehwellenmessgerätes machen. Stehwellenmessgeräte gibt es grundsätzlich in zwei verschiedenen Varianten. Einmal als Kreuzzeigermessinstrument und einmal als konventionelles mit einem Zeiger. Das Kreuzzeigermessgerät hat den Vorteil, dass man die Sendeleistung oder das Gerät nicht erst auf die Sendeleistung kalibrieren muss. Man sieht also sofort das entstehende Stehwellenverhältnis an dem Punkt, wo die beiden Zeiger sich kreuzen. Bei dem normalen Stehwellenverhältnis ist es so, dass man zuerst eine Justierung vornehmen muss und dann das Stehwellenverhältnis ablesen kann. Dann gucken wir uns jetzt mal gängige Stehwellenverhältnisse an. Wir sehen, bei einem Stehwellenverhältnis von 1 haben wir einen Vorlauf von 100% und einen Rücklauf von 0, also perfekt optimal. Bei einem Stehwellenverhältnis von 1,5 haben wir einen Vorlauf von 96% und einen Rücklauf von lediglich 4%, das wird also noch als gut angesehen. Beim SWR-Verhältnis von 3 haben wir dann schon einen Vorlauf von nur noch 75%, denn wir haben einen Rücklauf von 25%, das heißt ein Viertel der Sendeleistung bei 100 Watt wären das 25 Watt, werden nicht abgestrahlt, sondern gelangen allein durch Auftreten von Stehwellen wieder zurück zum Transziver. Bei einem Stehwellenverhältnis von 10 oder einem SWR von 10 haben wir nur noch einen Vorlauf von 33% und ganze 66% bzw. 67% der gesendeten Sendeleistung kommen wieder zurück und werden nicht abgestrahlt. Werte über 3 werden als kritisch angesehen, nicht nur in der Hinsicht, dass eben große Verluste auftreten, sondern im schlimmsten Fall kann der Transziver bzw. die Endstufe durch rücklaufende Sendeleistung bzw. die Fehlanpassung beschädigt werden. Was misst man eigentlich wo? Ja, das ist die große Preisfrage, denn man kann das SWR zwar theoretisch an jedem beliebigen Punkt messen, jedoch hat es dann, je nach Punkt, eine unterschiedliche Auslagekraft. Wenn wir das SWR z.B. an Punkt 4 messen, dort beginnt man normalerweise, dann sagt es direkt was über die Antenne aus und über nichts anderes. Wir messen also zuerst an Punkt 4, kontrollieren, ist das Stehwellenverhältnis optimal. Wenn nein, gucken wir, kann man dieses Stehwellenverhältnis durch Abstimmen, also durch verlängernde Antenne signifikant verbessern, also so, dass es gut ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir einen Antennentuner einsetzen. Diesen Tuner wichtig, den setzen wir direkt vor die Antenne und nicht vor das Koaxkabel, das ist also sehr wichtig. Und dann messen wir an Punkt 3, ob die Anpassung durch den Antennentuner an das Koaxkabel gut ist. Dazu messen wir an Punkt 3 und wenn das Stehwellenverhältnis dort optimal ist, dann können wir ein Koaxialkabel anschließen. An Punkt 2 können wir dann prüfen, ob das SWR immer noch perfekt ist und somit können wir dann messen, ob das Koaxialkabel irgendwelche schlechten Auswirkungen auf die Impedanz hat. Das ist in der Regel dann nicht so, wenn am Tuner bereits 50 Ohm anliegen. Dann folgt ein Tiefpassfilter. Das erkennt man dadurch, dass die obere Welle durchgestrichen ist. Das ist also das Symbol für den Tiefpassfilter. Also die Welle unter dem Strich wird durchgelassen und an Punkt 1 können wir dann das SWR des gesamten Antennensystems prüfen und dann nochmal im Vergleich von Punkt 2 zu 1 können wir dann nochmal prüfen, ob dieses Filter noch irgendeinen Einfluss auf das SWR hat. Also an Punkt 1 können wir die Anpassung des Senders an die Antennenanlage messen, an Punkt 2 die Anpassung des Senders an die Antennenanlage ohne Tiefpassfilter, an Punkt 3 die Anpassung des Senders an die Antennenanlage ohne Tiefpassfilter und ohne Coax-Kabel und an Punkt 4 direkt an der Antenne das SWR. Gerade für Bastler ist es besonders aufwendig mit einem konventionellen analogen Stehwellenmessgerät das SWR zu messen, um die Antenne abzustimmen. Dazu gibt es heute tolle digitale Helferlein, wie zum Beispiel den Antennenanalyzer hier. Das klassische SWR Meter misst in Kombination mit dem Sender das SWR, das heißt um mit einem analogen Messgerät das SWR zu messen, benötigen wir zusätzlich noch den Sender. Das würde bedeuten, wir müssten jedes Mal reinlaufen, den Sender anschalten, Stehwellenverhältnis messen, dann den Sender wieder abschalten, nachstimmen, wieder reinlaufen, messen und so weiter. Also wie man merkt, das würde sich sehr kompliziert gestalten und ein Antennenanalyzer kann das auch, braucht dazu aber keinen Sender und überstreicht dabei weite Frequenzbereiche. Das heißt, wir können nur diesen Antennenanalyzer direkt an die Antenne anschließen und können dann nicht nur weitere Frequenzen messen, weitere Werte, sondern brauchen dann auch keinen Sender. Hier oben links sehen wir einmal einen Frequenzverlauf des Antennenanalyzers und das ist eben der große Vorteil eines solchen Gerätes im Gegensatz zu einem analogen Messgerät, denn das analoge Messgerät, das zeigt nur das Stehwellenverhältnis an einem Punkt, nämlich der Frequenz, die man im Sender eingestellt hat und der Antennenanalyzer erstellt also einen Frequenzverlauf, er ändert immer seine Sendefrequenz und misst das SWR und erstellt dadurch eine Kurve. Das ist besonders praktisch, denn wir können an dieser Kurve direkt sehen, ob die Resonanzfrequenz der Antenne eben zu hoch oder zu niedrig liegt und wir können auch sehen zum Beispiel, ob die Kurve selbst an dem tiefsten Punkt nicht unter 2 oder nicht unter 3 kommt und wenn das der Fall ist, dann wissen wir eben, wir müssen dann noch eine Impedanztransformation vornehmen. Dann sehen wir unten noch einmal ein Diagramm am Computer, es gibt auch sogenannte Network Analyzer oder Analyzer, die man an den Computer anschließen kann. Das ist dann also dasselbe Prinzip. Kommen wir nun zur Symmetrierung. Ein Dipol ist symmetrisch und ein Koaxkabel ist unsymmetrisch. Warum? Ein Dipol besteht eben aus zwei Schenkeln mit jeweils Lambda Viertel, in der Regel, man kann die natürlich verändern, aber ein Dipol heißt eben, dass wir eine Antenne haben, dessen beiden Leiter, hier die beiden Schenkel, dieselbe Länge haben und in der Regel aus demselben Material bestehen, gleich geformt sind. Das würde bedeuten, wenn wir die beiden Schenkel nebeneinander legen, könnten wir sie nicht optisch voneinander unterscheiden, nicht in der Länge und auch nicht vom Aussehen. Ein Koaxkabel hingegen, das sieht man sofort, ist unsymmetrisch, denn der Innenleiter sieht ganz anders aus, ist unterschiedlich geformt als der Außenleiter. Das wird auch so in der Prüfung nachher abgefragt mit dem Koaxkabel, warum es unsymmetrisch ist. Schließt man ein Koaxkabel direkt an einen Dipol an, wird der Mantel des Koaxkabels zu einem Teil der Antenne und strahlt ebenfalls die Sendeleistung ab. Mantelwelle. Warum ist das so problematisch? Wenn das Koaxkabel ein Teil der Antenne wird, dann kann eben nicht nur Störstrahlung von anderen elektrischen Geräten, die sich im Haus befinden, an dem das Koaxkabel eventuell vorbeigelegt wird, kann in dieses Koaxkabel einstrahlen. Nein, auch das Koaxkabel selber kann eben die Sendeleistung, weil es ja selber dann ein Teil der Antenne wird, abstrahlen und andere Geräte stören. Dann hat man also nicht nur selber die Störung, sondern im schlimmsten Fall dann auch beim Nachbarn, weil das Kabel in der Nähe des Nachbarhauses verlegt wird und dem Ärger möchte man natürlich vorbeugen. Zudem ändert sich das Richtdiagramm des Dipols, was aber in der Praxis nicht weiter relevant ist. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen, in Klammern, das kann man interpretieren, wie man es möchte. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man Mantelwellen oder Störungen, die aufgrund von unzureichender Symmetrierung auftreten, verhindern kann. Dazu gibt es Symmetrierglieder oder auch Balun genannt. Balun steht für balanced, unbalanced, zu deutsch Symmetriert, unsymmetriert. Was macht so ein Balun? Der Balun, der wandelt die Symmetrierung um. Wie man ihn einsetzt, ist egal. Wir sehen, der Balun ist auch symmetrisch aufgebaut. Er besteht aus 2x4 Windungen, hier aus RCL5. Man kann da natürlich auch ein anderes Koaxkabel verwenden und der Balun hier ist auf einen Ringkern des Typs FT240-43 aufgewickelt, für 1 kW also belastbar. Wenn man einen Ringkern des Typs 140-43 einsetzt, hat man einen kleineren Ringkern, den man mit einer Leistung von bis zu 100 Watt benutzen kann. Auf der rechten Seite des Baluns sehen wir zwei Anschlüsse. Dort kann dann unser Dipol angeschlossen werden. Der Balun wandelt dann die Symmetrierung des Dipols, also symmetrisch auf unsymmetrisch für das Koaxkabel um und somit wird eben die Entstehung von Störung bzw. Mantelwellen durch die unzureichende oder die falsche Symmetrierung aufgehoben. Unten sehen wir, wie so ein Balun in der Praxis aussehen könnte. Der Balun ist hier in eine Elektroinstallationsdose eingebaut. Man kann natürlich auch den Balun ohne Dose installieren. Das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und ich freue mich natürlich auch wie immer über Feedback. Weitere Videos zum Amateurfunkellehrgang der Klasse E findet ihr in derselbigen Playlist auf meinem Kanal. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und Tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020